so weiter geht's ist das herrlich megaman 7 nach dem letzten part habe ich so keinen bock ich sage euch dann gucken wir mal was uns hier erwarten tut kann das noch schlimmer kommen kann es aber ja die letzte stage beziehungsweise die erste wiley stage da oben ist eine schildkröte ninja turtles schon so grausam war kann ich mir kann ich kaum vorstellen dass es noch schlimmer kommen kann aber da werden wir dann sehen da traue ich mir schon wieder nicht ich trau mir wir machen das anders so ist immer noch am einfachsten richtig richtig das kann er krusen wie er will das interessiert mich da oben nicht nicht die böne wir brauchen nur den basta das reicht aus wie ihr sehen tut ich trau dem sehr schön nicht so wirklich sehr gut läuft das kommt mein hübscher schießt du bitch danke weiter geht's gut meine güte was ist los mit mir das läuft ja hier fast gut sogar nehmen auf jeden fall den adapter habe ich den jetzt doch nicht was soll ich den adapter habe ich doch ich bin doch nicht doof schien wir machen es uns leicht wie kommt man dahin das leben will ich haben danke das leben will ich haben das garantiere ich euch da kommen sogar sogar recht simpel hin das ist gut nein das ist mir egal wenn wir jetzt energie verlieren aber das ist ein extra live das müssen wir nehmen und das war auch schon wieder fast skill was ist das schon wieder ja komm komm bitch ist das dein ernst hallo oh ist das ein kackpvieh warum macht er denn nix hallo jetzt ohne witz oh das ist doch sommer gott ist der schlimm wir haben es geschafft das ist viel wichtiger was oh nein oh nein bitte nicht bitte nicht nein 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 bitte nicht treble das ist der köter oh macht er mir alles nach der schweinhund macht er mir alles nach oh nein oh gott wo ist er ich hab'n boah der passt ja vor allem was der abzieht der kerl ne der zieht ja nicht gerade wenig ab was er so an schaden macht tot immerhin starten wir hier wieder das ist gut aber jetzt mal ernst der hat mich mit wieviel schlägen hat er mich umgedrückt hat er mich umgenockt wir spulen den dingen mal vor juhu ть huu q Gut. Das fängt ja schon wieder grauenhaft an. Und wenn er fliegt, kann ich ihm keinen Schaden machen. Oh, ist das schön. Ist das schön. Ne, schaffe ich nicht. Könnte vergessen. Tod, schon wieder. Der ist viel. Der ist viel zu stark. Viel zu stark. Den Schaffswert ist doch... Zeig mir einen, der den ohne Energie-Tanks schafft, ey. Ich möchte einen sehen. Wirklich, ich möchte einen sehen, der den ohne Energie-Tanks schafft. Gibt's nicht. Könnte knicken, ey. Ich hab vier Stück. Zwei für ihn. Zwei für den Boss wieder, ne. Gott, ist das krank, das Spiel, ey. Das ist einfach nur noch krank. Ja, der war dumm. Der war einfach nur dumm. Aber wir gehen jetzt einfach mal gemütlich weiter. Ja, der war... Den hab ich mir verdient. Super. Okay, der trifft mich so oder so nicht. Das ist gut. Danke. Komm her. Tschüss. So. Haben wir den Uch-Witter. Nehmen wir es mal so. Ach ja. Ach ja, genau. Haha. Haben wir ja schon. Hepp. Machen wir mal mit Skill. So. Das können wir nämlich nicht. So, jetzt nehmen wir den normalen Widder. Und dann holen wir uns definitiv auch das Extra-Life. Hä? Ja. Ja. Ging mir anders. Er wollte ja wieder nicht schießen, der Mist. Ist mir egal. Extra-Life ist extra-Life. Ach, Kacke. Ich weiß nicht, warum. Ich denke die ganze Zeit an die Ninja-Turtles, wenn ich die Stage sehe. Ach ja, jetzt kommt wieder... Hm. Er hier, der nicht schießen will. Oder so. Oder doch. Hahaha. Gut. Haben wir dies. Sind wir gleich schon wieder da, ne? So, das wird hier wieder... Gut. Geschafft. Eklig. So. Versuchen wir mal unser Glück. Oh, ich liebe es, wenn der einfach mal so hier wieder den Boost abbricht. Warum er das überhaupt macht, verstehe ich nicht. Treble-Attack. Scheibenkleister, ey. Runter, runter, runter. Gut. Äh, geht auch irgendwie eher daneben. Oh, ich hasse diesen Flug. Warum? Das ist so ein... Wie kann man sich so eine Grütze zusammenprogrammieren, ey? Na, den Treffer nehme ich hin. Hauptsache, ich treffe den Scheißkerl mal. Ey, so ein Müll-Boss. Oh, ich krieg schon wieder. Plagg an der Zähne. Super. Sein Unbesiegbarkeitsmodus wieder. Ach, komm, ey. Ey. Fick dich. Ich... Anders. Ich nehme den... Shot. Ja, lässt da auch wieder nach. Super, ist das schön. Ist das schön. Ah, ich hasse ihn. Ich hasse diesen Boss so sehr. Ich ziehe dem noch weniger ab als vorher. Kann ihn nicht. Scheiße, ich kann ihn mal rausgehen, ey. Ja, scheiße, ey. Mein Gott, kotzt der an, der Typ. Es ist jetzt kommt ein... Ja, der trifft mich immer, ey. Das ist der letzte Müll, dieser Typ. Ja, komm, er ist unverwundbar. Einfach nur der letzte Müll, dieser Kack-Boss. Mein Gott, ey. Ich hab geschworen, mich nie aufzuregen, ne. Aber der Typ lässt mir keine andere Wahl. Warum kann er einen Schuss aufladen, wenn er gar nicht aufgeladen ist? Der Mistkerl. Warum treffe ich ihn jetzt nicht mehr? Wichser. Why, why can't I destroy him? Weil du scheiße bist. Es reicht, ey. Wie viel Leben hab ich noch? Zwei. Ja. Oh, Mann, ey. Ach, du Scheiße. Oh, Gott. Ich bin schon wieder tot, ey. Bin ja weit gekommen. Was ist das? Was ist das da oben? Jemand bewegt sich da oben. Oh, Gott. Oh, Gott. Tod. Letztes Leben. Wo starte ich fort? Nein, nein, mein Nachbars. Was eine Grütze, ey. Diese Wily Stages. Ich sag halt euch. Was eine Grütze. Springe ich natürlich in den Frosch rein? Nee, 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 nee. Komm, das machen wir ganz, ganz anders. Ich brauch mal einen Adapter. Scheiße, und irgendwo, wo er auch landen kann. Oh, komm. Oh. Danke. Also nochmal das ganz jetzt. So. Einfach hochfahren. Danke, tschüss. Ja, komm her. Genau. Spring in mich rein. Oh, Gott. Ist das ein... Jetzt rutscht, jetzt slidet er nicht. Slider. Warum slidest du nicht? Danke. Meine Güte. Ist das... Ach, du Scheiße. Was ist das denn schon wieder? Oh, Gott. Oh, Gott. Wasch-Jet. Auch wenn ich weiß, die Stage... Ist das dein Ernst? Die Stage werde ich definitiv nicht schaffen. Oh, Gott. Oh, Gott. Könnte knicken. Könnte knicken. Aber total könnte das knicken. Ja. Da, mach da hin. Okay, also da hin. Hep. Hoch. Jawohl. Geschafft. Oh. Kriegen wir das doofe Ding eigentlich mal kaputt? Vielleicht mit dem Bolt oder sowas? Ne. Kriegst du nicht kaputt, das Mistdingen. Ja, jetzt kommt die doofe Fledermaus dann hier runter. Fledermaus, komm da runter. Ich will nicht noch mehr Schaden erleiden. Komm da runter. Oh, wie ich dich hasse. Machen wir mal anders. Ja. Soviel zum Thema, mach mal. Das hat ja mal gar nicht funktioniert. Meine Güte. Ach, du Schande. Nee. Ey. Guckt euch diesen Kack an. Wasch. Adapter wieder. Nein. Was, Boss? Ich hab eh nix mehr zu... Ich hab nix zu verlieren. Wenn ich ihn nicht schaffe, dann, äh... Der Part ist so oder so nach diesem Bossfight beendet. Dann werde ich neue E-Tanks holen und dann wird die Stage nochmal gemacht. Nächstes Mal. Ich kann's nicht ändern, Freunde. Was ist das denn? Ein Ninja Turtle. Wie hübsch. Was? Oh Gott. Oh Gott. Oh ja, ja, klar. Ist klar. Was macht er jetzt? Ja, super. Alter, was ist das? Oh Gott. Dieser Boss. Jetzt kommen die doofen Schildkröten schon wieder. Super. Super. Ist das herrlich, ey. Da könnte ich ja im Strahl kotzen bei diesem Spaß. Ach, Gott sei Dank. Ja, er war einfach... Nein, nein, bewegt dich. Mega Man, bewegt dich. Bitte. Bewegt dich. Oh. Schon wieder. Super. Ich treffe die nur mit dem Buster. Das ist so ein Kack. Oh Gott, das Willen. Ah. Ah. Und noch mal. Ah, jetzt kommt's wieder. Jetzt kommt wieder die doofen Schildkröten. Oh, ich dachte, die haben immer dieselbe Flugroute. Oh Gott, 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 oh Gott. Nein. E-Tank, 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 E-Tank. Nochmal Schildkröten, ey. Jawoll, der war gut, der war gut. Was haben wir denn jetzt an Zeit und 20 Minuten wieder rauskommt? Das war super. Spulen wir mal vor. Ich will E-Tanks. Ja, I'm back. E-Tank. E-Tanks. Wollen wir mal ein bisschen... Ich hab kaum noch Schrauben für noch mehr E-Tanks. So, das war's. So long, Bigger Man. Ja. Nächstes Mal geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Buddhist-Land. Ciao. 接下來. Ja. Dann wieder da die Kempen. Also nein. Dai, da. Da, da, da. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Da T Ker坐. Da. Da. Die da.